Anfang September starb der Schauspieler Michael K. Williams. Jetzt hat der Gerichtsmediziner die Todesursache bekannt gegeben. Michael K. Williams Von 1966 bis 2021 ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Das bestätigte laut People nun die Behörde, die den Tod des Schauspielers untersuchte. Die Todesursache sei eine akute Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl, P-Fluorofentanyl, Heroin und Kokain, erklärte demnach das Office of Chief Medical Examiner der Stadt New York. Der Tod des Schauspielers werde als Unfall eingestuft. Der The Wirestar war am 6. September in seinem Apartment in Brooklyn-Leblos aufgefunden worden. Er wurde 54 Jahre alt. In der Wohnung sollen Drogenutensilien sichergestellt worden sein. Erfolgreiche Karriere Im Kino war Michael K. Williams, dessen Markenzeichen eine markante Narbe im Gesicht war, unter anderem in Gone Baby Gone – Kein Kinderspiel, 2007, 12 Years a Slave. 2012, und Assassin's Creed, 2016, zu sehen. Einem größeren Publikum wurde er in der Rolle des Straßengängsters Oma Little in der Krimiserie The Wire bekannt. Von 2002 bis 2008 spielte er diese. Später feierte er als Alkoholschmuggler Chalky White in Boardwalk up here. Von 2010 bis 2014, einen großen Erfolg. Für seine Darstellung des Montrose Freeman in Lovecraft Country erhielt Williams dieses Jahr erneut eine Emmy-Nominierung. Die Rolle spielte er seit dem vergangenen Jahr. Von 1000 Jahren von Eis bab geek in основ partir. Von pretendersion ein bisschen mehr in liquidationsотisch. Von blütener 페ie Escher. Von注意 dem 마�shص. Von 10. Von 100 PS Alice.